Hallo Leute, Willkommen zurück zu Let's Peitsch! Den Mark. Überlege mal. Hau ab. Vielleicht komm jetzt Hagen, wetten? Ja, muss ja. Hagen, wie kommen wir? Leute, die einmal rumlaufen. Pum, 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 pum. Dann spreche ich nicht, ich hab ne Maske auf. Ist einleuchtend. Ich auch nicht. Oh mein Gott, der hat jetzt damit gerechnet. Hagen! Warni, endlich. Endlich. Drama, baby, drama. Hagen, es geht hier gut. Pssst. Äh, oh. Er bläbt sich. Ja, lol. Hey, was machst du denn da? Sieg ab mir. Was? Äh, tschüss. Äh, was hast du vor? Du wirst jetzt vergewaltigt. Tantalus braucht ihre Elbe. Hä, 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 hä. Hagen, ich dachte, du liebst ihn. Na warte, du Schoff. Ja, er ist übermächtig. Autsch! Oh, war ne, war ne, oh. Hojo. Ey, das hab ich gebraucht. Es tut mir leid. Hilf ihr, Mark. Was? Jetzt sitzt sie, keine Ahnung. Geht durch die Tür hinter mir. Ach so, der war auch behindert. Fanny ist wie lieber. Ja, los, komm. Mach gar nichts. Hopp. Ha, 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 bleib vor dir sein. Ne. Gut, sie hat sehr viel Lebensenergie. Hey, aufhör. Sonne of du. Äh, ehrlich. Oh, nee, wo bist du? Wo bin ich? Wann ihr lebt. Das ist ein Glück. Scheiße, nein. Ah, das ist Hagen. Er hat ihr seine Lebenskraft übertragen. Ja, das geht einfach mal so. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Ich glaube, du heißt Tantalus, oder? Jetzt reicht mit mir, euch Panikmeister. Was? Drama, baby, Drama. Oh, mein Gott. Was zum... Ja, keine Ahnung, einfach mal... Oh, wie der guckt, ich lieber... Äh, nee, sorry. Ich will meine Babe sein. Aua, ich wollte jetzt gerade zaubern, Mann. So ein Arsch. So. Der guckt, der ist unglaublich. Hol die vom Himmel mit Energiestrom. Ja, das ist ein Luss. Das ist ein Luss. Das ist ein Luss. Das ist ein Lussstrecken. Oh, ey, das war mal... Ist mal was Neues. Jetzt kommen zwei Bosse. Und davon einer ist ganz neu. Ja. Toll der Epic-Gay. Äh... Na, stopp. Komm hier. Mal Blitz. Das hat uns, glaube ich, noch ganz viel Zeitgekrieg. Ja. Ja. Oh, das ist nicht schlecht. Oder Feuer. Lass mal gucken. Ja, warte was. Dann hat... Ha, Sims Hallarin. Du hast es nicht auf mich abgesehen. Na. Andere ist effektiver. Er fliegt. Äh. Äh. Mit Bär. Mit Schrauben. Warte, jetzt. Äh. Ja, Leute. Ach so. Okay, ich weiß jetzt, was ich mach. Für das braucht weniger Mana. Hieb doch auch. Oh, mir ist bewusstlos. Kommt runter, komm der Vogel. Ach. Wolle erwischt das gesehen? Ich höpfe mal so eben rum, ne? Äh. Ich bin vergiftet, weil er sich immer berührt. Ja, ich gib's ihm jetzt. Fristet! Toast im Arm, wer hat man vier Arme? Ehrlich, ey. Komm mir runter, ich will nicht treffen. Ich hab nur Aura. Aber auch weiter, weil es gut bei mir. Ja, Loll, er kann ja fliegen. Er fliegt die ganze Zeit. Ich dachte, der stammt da immer nur so rum. Ja, hab's voll auf mich abgesehen. Oh, das war jetzt gerade so. In dem Fall. Hier, ne? Nimm das! Okay, so ist Level 4. Verdammt. Weil er sich geheilt hat, die Sau. Feuer! Mensch, 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 Mensch. Jetzt. Verdammt. Ich mag dich, dass er fliegt. Das ist schwer, dann einfach nur mit Fodenangriffen. Oh ja, genau wie auf mich. Immer auf die Mädels. Mein Roman ist ein Troll, ja? Ja, genau, guck mal, ich fliege am Boden, hauptsache auf mich. Komm unter, du Fickvogel. Verdammt. Ich tüte deine Mutter. Fick deine Mutter. Also. Habe ich noch? Ja, lass erstmal so abwarten. Ich wollte dich auch gleich sagen. Aber, ich mach einfach mal, weil ich unterb... Hallo. Ja. Hui. Boah, der ist schon Level 3. Ja, heilt den auch dementsprechend. Warte, jetzt sind ja Sprünge. Verdammt. Nein, der hat mich! Leute, da macht er nur neuen Schaden mit. Ey, das ist so ein Lamer, Gegner. Ist so. Der ist nur so lang, weil der immer da so rumdödelt. Komm mal auf den Boden der Tatsachen. 12 Schaden, was ist das? Hopp. Ja, komm. Komm, mein Freund. Ja, guck mal, mit dem Angriff hält er mich einfach auf. Ist auch mal schon echt. Nervig. Oh, nee, das wird mir jetzt verätzen. Ich esse jetzt den Russ. Vorsicht. Komm, ich springen, wo du das? Ah, loll. Scheißegal. Nuss. Selber schuldig, du kleinen, zöckiges Monster. Oh, komm. Nimm den. Na, was machst du jetzt, ne? Verdammt, mach mal halt noch. Wo war der hier? Gute Frage. Gib mir mal von deiner Energie. Level 4. Ja, nur 43. Was ist das denn? Urschlecht. Der hat's echt auf mich abgesehen, ne? Ja, er hat mich. Ist so. Nur weil er keine Familie hat, ey. Oh, ich mag die Musik, die konnte ich den ganzen Tag hören. Oh, die ganze Nacht, je nachdem, wie wir es sehen sollen. Ja, schon witzig. Dieses Spiel nehmen wir irgendwie immer nur Nachtsau auf. Ist so. Schicksal. Ich würde ihn auch gerne mal in der Luft treffen, ja. Ja, aber der Arsch lässt sich nicht treffen. Außer halt so. Ja, er muss denn. Nein, aber meinst, ein Schnipsen. Voll heilt sich. Dann ist mein Ansatz. Noll. Kam noch nachträglich. Oh, der Boss ist lame, ey. Braucht viel Spiel MT. Und sich, ich schreibe mich gerade an. Okay, der Boss ist vorher viel. Vor allem, der heilt sich immer mit unserer Energie. So n Arsch. Und der kommt nicht auf den Boden. Das fehlt irgendwie. Komm runter. Wir werden dich so lange töten, bis du tot bist. Weil, kommt auch nicht runter, ne? Nee, kommt nicht mehr runter. Jetzt macht er wieder an den Quascha-Force-Swelle. Kann doch mal was anderes. Guck mal. Vielleicht müssen wir ihn irgendwo runter locken. Komm her, hier, ich steh unter dir. Gibt nur Aura. Ja, pff. Boah, manchmal mach ich nämlich richtig hart Schaden, aber ich hab jetzt hier dann keine MP mehr schon. Ja, ich seh's. Aber da will ich mehr runterkommen. Boah, ich komm, wir grad aufstehen, macht er mich wieder auf den Boden. Du legt mich an, da und flach, was wäre der Unsinn. Guck mal. Der lässt mich gar nicht mehr aufstehen, der Huren. Nee, du kannst dann, ja, du kannst teilen, wenn du das jetzt überleben wolltest. Du sagst, aha. Vorsicht, der springt runter. Wow. Oder auch nicht. Heilung für alle. Nee, mach nur. Ja, alle. Ja, doch, ich weiß, egal, kriegst du auch Heilung. Ich meine, mich macht es zwar nicht ganz voll, aber es macht mich großteils. Ich hab's dafür vollgemacht. Oh, jetzt. Ja, endlich mal getroffen, ey. Verdammt. Hört ihr jetzt. Nein. Autsch, lass dich doch treffen, du Arsch. Ist ergiftet, ne? Oh, Panikmeister ist erledigt. Echt? Ist er auch grad bei mir? Hilf, du Aura. Ja, Roman ist jetzt egal. Ja, Roman ist nur Dekoration, lass es sein. Entscheide dich doch auch mal wieder runterzukommen. Oh, wir machen noch, wir machen gar nichts mehr. Oh ja, leck mich am Arsch. Ich warte nur noch darauf, dass er mal wieder runterkommt. Jetzt. Ja, dann halt doch nicht, ne? Oh, ne, jetzt heißt er sich auch noch so'n Arsch. Ja, es ist gut. Komm auf den Boden, der Tatsache zu homo fürst. Oh, nee, so kann ich dich andauernd heilen. Das ist scheiße. Ach. Komm runter, du Kartoffelfresser. Und hör auf, mich andauernd anzukreifen. Ich weiß, ich bin zwar jetzt von der Tarn der Held, aber... Oh, dann esse ich noch mal nen Nuss, ey. Ja, es ist ne verfickte Nuss, ey. Kauf mir einfach neu, wir sind Meister des Geldes. So. Jetzt schmeiß ich dem mal was Feuer in die. Jetzt gibst du mal Feuer. Blutgranate. Friss den Shit. Ich muss doch jetzt was bringen. Was bringt denn bei dem was? Ich weiß es nicht. Soll regnen. Hier. Macht es zwar auch, aber... Ja! Ja, endlich. So ein lameer Gegner, ey. Echt lame. Der war lame, weil... Ja, der ist nicht schwer. Ja, es haben wir nur viel zu überpowered und doof. Voll dumm. Egal. Hauptsache, wir dänzen da rum, ja. Und weiter jetzt. Pumrang-Ohr behalten. Gut. Können wir nicht mal wieder unsere Waffen aufrüsten. Wo ist Hagen? Keine Ahnung. Hagen? Wieder dieses Gesicht, ey. Hagen! Wanne. Lass sie doch. Deine Gestärte. Drama, baby. Drama. Ach, schon gut. Ich bin okay. Ich finde ihn noch. Okay, wenn du meinst. Er wird rumgebummelt. Hagen ist Marcel. Nicht zu vergessen. Du kannst auch weiter drücken. Achso, war doch ich. Egal. Ja, klar. Ja, toll. Und wo müssen wir jetzt wieder langen? Echt toll, dass es einem hier so gesagt wurde, wo wir langen müssen. Lässt sich nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich einfach aus dem Dungeon. Dann müssen wir wo langen müssen. Aus dem Dungeon raus, oder? Ja. Ich würde sagen. Ups. Ja, sieht so aus. Hier ist nichts mehr. Gut dann. Ja, hier war ja die Wand auf Doom. Und dann wieder abkürzen. Ja, stimmt. Wir haben ja das Seil auf... Auf Tau. Uh, und raus sind da. Zirka, also am Anfang. Das... Wir müssen jetzt wohl einfach zurück. Ins Imperium. Um, 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 um. Tag. Na, Oma? Ja, die redet immer noch nicht. Die ist voll scheiße. Wir gehen jetzt mal zum Arzt. Da ist ja jetzt einer. Ja, ist so. Das stimmt. Der war hier, ne? Nö. Hier ist der Taub. Wo war das? Der war doch da unten. Ach, das stimmt da unten. Nein, das zweite Haus. Ja. Okay. Daneben Haus Nummero zwei. Guten Tag. Ja. Kann ja auch meiner sprechen? Heidi. Ich habe sie untersucht. Konnte aber... Ja, aber... Nee. Nicht schon... Nee. Ja, ich höre dich noch. Aber der Mulata ist gerade wieder am Arsch. Er darf einen Postal einmal machen. Ach, für den Arsch. Aber der Truex-Vist ist jetzt... Wir wollen allein das回去. Aber aus deactivieren. Oops, danke. Aber der Dumm wird hier... Ja, ich glaube, danke. Ich hoffe, da ich beantetere. Ich bin mir angehty. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020